Willkommen bei Aktien investieren mit Obermacht. Heute habe ich auf die Top 10 Liste des 4. Dezember geschaut und gesehen, der SPI, der Schweizer Performance Index, ist dort drin. Das ist ein guter Grund für mich, die Aktien anzuschauen, denn ich bin ja auch Schweizer und verstehe mich dort besser. Die Top 10 Liste des Swiss Performance Index zeigt mir auf der Value-Seite das Unternehmen Mayer-Burger, ein Maschinenbauer, Multisektor-Unternehmen, viele Banken und Versicherungen, auch Lebensmittel und Fleisch. Aber was besonders wichtig ist, weil der SPI ein grosser Index ist, sehe ich auch sehr viele kleine S-, L- und M-Firmen und das sind ja nicht unbedingt Firmen, in die man investieren sollte, denn wenn man langfristig investiert, ist es zu riskant, kleine Firmen zu kaufen, ausser man hat viele davon. Dann löst sich das Risiko wieder aus. Ich mache jetzt heute etwas Untypisches. Ich schaue nämlich Mayer-Burger an und aus dem einfachen Grund, weil ich Mayer-Burger gut kenne, persönlich. Sie sind Kunden von uns bei Obermacht und schon lange. Ich habe ein Vertrauen in das Management, ich habe ein Vertrauen in die Branche. Ich werde das gleich erklären. Ich schaue also Mayer-Burger genauer an. Wir haben zuerst die Ränge von Obermacht. Was ich hier sehe, ist, dass sie einen guten Value-Rang haben, sie haben auch Wachstum, aber ich sehe auch die Krise, die das Unternehmen hinter sich hatte über die letzten Jahre, wo kein Wachstum mehr vorhanden ist und ich sehe auch einen tieferen Sicherheitsrang, der mich ein bisschen unsicher macht. Ich schaue mir das dann alles genau an. Warum haben wir eine Gesamtwertung von 100? Weil Mayer-Burger im Vergleich zu einem eigentlichen Unternehmen die beste Kombination hat von diesen Kennzahlen. Also alle anderen Unternehmen im Key-Universum von Mayer-Burger sind nicht so gut in der Kombination der Kennzahlen. Schauen wir ein bisschen tiefer. Hier bei den Value-Kennzahlen sieht man das ganz deutlich. Sie sind zwar im Verhältnis zum Umsatz und auch im Verhältnis zum Gewinn und zum Buchwert relativ teuer, aber das sind alle Firmen in diesem Peer-Universum und deshalb ist Mayer-Burger trotz allem das beste Unternehmen, wenn man es vergleicht mit allen anderen in dieser Kategorie, in diesem Peer-Universum. Das ist für mich okay. Ich weiß, dass Mayer-Burger ein Hightech-Unternehmen ist. Ich erwarte nicht, dass das eine Cash-Cow ist, die heute schon sehr viele Renditen bringt für das investierte Kapital. Ich mache ja wie gesagt eine Ausnahme. Warum mache ich das? Ich weiss, dass die Vergangenheit sehr schwierig war. Der ganze Solarmarkt war schwierig für europäische Unternehmen und ich sehe jetzt, dass sich das Umsatzwachstum erholt hat, das Gewinnwachstum erholt hat, das gefällt mir und die Aktienrendite hat sich offenbar noch nicht erholt. Gesamtleistung aber mit Wachstum wieder bei 100, weil keines der anderen Peer-Unternehmen eine so gute Kombination hat. Gehen wir runter zur Sicherheit. Die Null bei Sicherheit hat mich schon etwas stutzig gemacht. Ich schaue das an. Ich sehe, sie haben eigentlich eine typische Verschuldung, nicht besser, nicht schlechter als alle anderen. Sie haben aber ganz eine schlechte Liquidität. Das ist eigentlich keine Überraschung, denn wenn der Gewinn tief ist, ist die Liquidität schlecht. Gewinn gibt zum Ausdruck, wie gut das Unternehmen sich refinanzieren kann. Das stört mich nicht grösser, weil ich denke, das Unternehmen ist auf gutem Weg. Ich glaube an das Management. Der CEO ist ja auch Teil Eigentümer des Unternehmens. Für Sie schauen wir kurz an, wie die Webseite aussieht bei Mayer Burger. Es sind Lösungen für etwas sehr Technisches. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist hier. Aus Sonnenlicht wird elektrischer Strom. Mayer Burger hat mit rund 400 Mitarbeitern in Thun noch eine überschaubare Grösse. Es ist also kein Großunternehmen. Es ist heute etwas Spezielles. Ich investiere in ein Unternehmen, das ich kenne. Ich kenne den CEO, ich glaube an ihn. Es sind schon lange Kunden von uns. Ich wollte schon lange einmal involviert sein. Und deshalb gehe ich in meinen Brokerage Account und schaue mir an. Sie sehen, ich habe hier bereits den Order durchgeführt. Gehen wir mal schauen, ob es im Portfolio bereits aufgetaucht ist, Mayer Burger. Und tatsächlich, es ist schon aufgekauft. Ich habe es gekauft zu 5,33 mit 5,270 Franken. Das ist ein Rundungsfehler, nehme ich an hier. Also das Mayer Burger Unternehmen wurde gekauft. Ich freue mich darauf. Ich bin gerne assoziiert mit Mayer Burger. Es sind auch die Vordenker, die unser Bonusindex implementiert haben. Unser Produkt für vernünftigere Vergütungssysteme für CEOs. Und ich wünsche Ihnen, in die Firma zu investieren, Unternehmen, die Sie gut kennen, wo Sie auch Freude haben zu investieren. Und dann kommen Sie zu uns zu Obermacht, schauen die Ränge an und fühlen sich so etwas besser oder haben einen besseren Überblick, wie das Unternehmen auch von der finanziellen Seite heraus sieht. Herzlichen Dank fürs Zuhören, mit Obermacht Aktien investieren und viel Erfolg bei Ihren eigenen Investitionen.